Hey und willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Schön, dass du auch wieder mit dabei bist. Ihr seht schon, ich bin hier wieder in meiner Gaming-Ecke, denn das ist auch das Thema des heutigen Videos. Denn wir schauen uns in diesem Video ein Gaming-Notebook an. Ja, das kommt von Gigabyte, hat eine RTX 3060 drin und den Ryzen 7. Und wir wollen uns einfach mal anschauen, was wir mit dem A7 K1 alles im Alltag machen können und wie das Zocken so auf dem Laptop ist. All das und vieles mehr im heutigen Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Los geht's nach dem Intro. Ja, ich habe mir das Gigabyte-Notebook letzte Zeit angeschaut. Es handelt sich hierbei übrigens um das A7 K1 BDE 1150 SB. Und zu euch nach Hause kommt das Ganze in dieser Verpackung. Und hier haben wir neben dem Notebook selbst das Netzteil, etwas Papierkram und so ein paar Ersatzschrauben. Und vom Design her ist das Notebook auf jeden Fall in einem klassischen schwarzen Design gehalten. Und von den Materialien wurde auf Kunststoff gesetzt. Die Abmessungen, die belaufen sich auf 39,6 in der Breite mal 26,2 in der Tiefe und 3,2 Zentimeter in der Höhe. Und das Ganze bei einem Gewicht von 2,5 Kilogramm. Das solltet ihr auf jeden Fall bedenken, wenn ihr plant, auch mal von unterwegs zu zocken. Also, ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen, aber wiegt natürlich etwas. Außerdem haben wir jetzt hier auch ein mattes Display verbaut. Hat natürlich den Vorteil, dass wir jetzt keine größeren Reflexionen hier haben. Zum Thema Display, da kommen wir später im Laufe des Videos nochmal. Aber was natürlich auffällt, das ist die Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung. Ja, hier können wir zum einen auch die Helligkeit einstellen und dann natürlich auch über eine Software die Farbe, die halt dargestellt werden soll. Leider geht das Ganze nur statisch. Es gibt jetzt hier keine Effekte wie ein durchlaufendes Farbspektrum oder jetzt Regenbogenfarben, whatever. Also, es bleibt dann immer Rot, Blau, Grün oder welche Farbe ihr halt einstellt. Ein paar Worte noch zur Tastatur an sich. Also, wenn ihr mal längere Texte schreiben möchtet oder generell irgendwas tippen möchtet, dann geht das hier auf jeden Fall auch wirklich gut. Die ist jetzt auch schön leise gehalten, nicht so laut und hat auch einen guten Druckpunkt, finde ich. Also, falls ihr mal irgendwas schreiben möchtet, das geht hier auf jeden Fall. Aber fangen wir jetzt doch mal bei den technischen Daten im Detail an. Und zwar beim Herzstück des Notebooks, dem Prozessor. Denn hier haben wir den Ryzen 7 5800H mit 3,2 GHz und im Boost-Takt bis zu 4,4 GHz. Das ist auf jeden Fall schon mal wirklich gut und wichtig beim Gaming-Laptop ist natürlich auch die Grafikkarte. Und hier haben wir jetzt die NVIDIA GeForce RTX 3060. In meinem Gaming-PC, den ihr hier hinter mir seht, habe ich ebenfalls eine 3060 verbaut. Und bin da auf jeden Fall nach wie vor sehr zufrieden mit, mit der Grafikleistung, auch bei aufwendigen Spielen. Das läuft wirklich top. Und jetzt haben wir das Ganze hier auch in einem Notebook. Das klingt auf jeden Fall schon mal vielversprechend. Denn hier haben wir auch 6 GB Speicher und eine TGP von 130 Watt bei 1702 MHz. Und für einen Gaming-Laptop in dieser Preisklasse ist das im Zusammenspiel mit dem Prozessor auf jeden Fall preis-leistungstechnisch schon mal einiges. Aber es gibt natürlich auch ein paar weitere Komponenten. Denn wir haben hier auch 16 GB RAM, also 2 x 8 GB Regel mit 3200 MHz. Aufrüstbar ist das Ganze bis zu 64 GB. Dazu gibt es dann eine 1 TB M.2 PCI Express SSD. Könnt ihr ebenfalls aufrüsten, wenn ihr das Ganze möchtet. Und ihr merkt auf jeden Fall schon, wir bekommen hier mit dem Gigabyte A7K1 ordentlich Power und sehr gute Komponenten in dieser Preis-Range. Das ist mir auf jeden Fall schon mal positiv aufgefallen. Kommen wir nun aber zur Vorderseite zum Thema Display. Verbaut ist ein 17,3 Zoll großes Display. Dieses ist wie gesagt matt gehalten. Finde ich ganz praktisch. So haben wir einfach wenige Reflexionen auf dem Display selbst. Wir haben hier eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel. Aber jetzt kommt die Besonderheit. Und zwar haben wir ein IPS-Panel mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz. Somit macht natürlich das Zocken noch ein bisschen mehr Spaß. Und wir haben jetzt auch weniger Motion Blur. Und gerade das IPS-Panel muss ich sagen, hat sich hier im Alltag wirklich sehr bewährt. Denn die Farben sind schön knackig und die Kontraste, Schwarzwerte und so weiter. Das macht auf jeden Fall wirklich eine gute Figur. Ich hoffe, das kommt hier auch gut im Video rüber mit den Aufnahmen, mit den Sequenzen, die ich hier abgefilmt habe. Aber wenn man mal zocken möchte, dann möchte man natürlich auch ja alles gut erkennen. Und das macht wirklich Spaß, hier auf dem Gaming-Laptop irgendwie die ganzen neuen Games zu zocken. Also kann ich definitiv empfehlen. Anfangs muss ich sagen, war ich hier ein bisschen skeptisch aufgrund der Aufflösung Full HD. Ich hätte mir so ein bisschen mehr gewünscht. Aber nachdem ich jetzt hier ja einige Zeit damit gezockt habe, muss ich sagen, mit der Displaygröße geht Full HD auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. Und man muss natürlich auch bedenken, dass wir hier die 3060 verbaut haben. Aber alles in allem muss ich sagen, geht das hier auf jeden Fall vollkommen klar. Und das ist jetzt nicht irgendwie großpixelig oder so. Also kann man definitiv machen. Schauen wir jetzt nochmal auf die Anschlüsse. Und zwar auf der linken Seite haben wir dann zwei USB-Anschlüsse. Hier haben wir einmal einen USB 3.2 Generation 1 und einen Generation 2 Anschluss. Und auf der rechten Seite haben wir dann einen USB 2.0 Anschluss und dazu zwei Klink-Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Und dann geht es weiter auf der Rückseite. Hier haben wir ein Mini-Displayport 1.4, einmal HDMI 2.0 mit HDCP, einen LAN-Anschluss und an den Displayport 1.4 Type-C. Ich hätte mir persönlich gewünscht, wenn wir noch ein paar weitere USB-C-Anschlüsse hätten, da ich viel auf USB-C im Alltag setze. Und vielleicht noch einen SD-Karten-Reader, da ich persönlich viel mit Fotos und Videos zu tun habe im Alltag. Ist natürlich Geschmackssache. Nicht jeder braucht das, aber ein paar mehr USB-C-Ports werden, denke ich mal, nie verkehrt gewesen. Wichtig beim Laptop ist natürlich auch das Trackback und damit bin ich persönlich sehr zufrieden. Wir haben jetzt natürlich auch die ganzen Gesten zum Scrollen zwischen den Desktops hin und her, Swipen und so weiter. Das funktioniert hier auf jeden Fall auch sehr zuverlässig. So, jetzt haben wir viel über die einzelnen technischen Daten gesprochen, aber wie sieht es denn jetzt eigentlich aus mit der Performance? Ja, also da geht es jetzt los mit den ganzen Performance-Tests. Und wir fangen an mit Cinebench R23. Das ist auch der aktuellste Cinebench-Test. Und hier kommen wir im Single-Core-Score auf 1.441 Punkte. Und beim Multi-Core-Score, da schafft die CPU 12.689 Punkte. Dann habe ich hier auch nochmal den 3DMark Times bei Benchmark-Test durchlaufen lassen. Einmal ohne Netzteil und mit Netzteil. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal an mit Netzteil. Denn hier erreichen wir einen Gesamtscore von knapp 8.747 Punkten und einen CPU-Score von 9.739 Punkten. Das ist auf jeden Fall auch ein solider Wert. Und mit der verbauten Grafikkarte kommen wir auf einen Grafik-Score von 8.694 Punkten. Ich blende euch das hier auch nochmal etwas detaillierter in der Auflistung ein in Diagrammform. Also, falls euch das interessiert, dann pausiert hier gerne einmal das Video. Dann könnt ihr es nochmal ein bisschen genauer euch anschauen. Wir werfen jetzt nochmal einen Blick auf die Werte ohne Netzteil. Aber um natürlich die volle Grafik-Power zu haben, definitiv immer das Netzteil anschließen. Aber nur zum Vergleich, wir haben da einen Gesamtscore von 2.312 Punkten, einen Grafik-Score von 2.053 Punkten und die CPU-Punkte liegen bei 8.138. Aber wie gesagt, das einfach nur zur Einordnung, damit ihr seht, dass die volle Grafik-Power einfach nur mit Netzteil da ist. Dann habe ich noch ein paar Games getestet und wir starten hier einfach mal mit Far Cry 5. Beim integrierten Benchmark, da kommen wir durchschnittlich auf 92 FPS in Full HD mit der Grafik-Qualität in den Ultra-Einstellungen. Und ja, das geht auf jeden Fall vollkommen in Ordnung, finde ich. Und als nächstes haben wir dann Shadow of the Thumbraider. Und hier komme ich durchschnittlich auf 108 Bilder pro Sekunde. Ich blende euch das hier natürlich immer dementsprechend ein, damit ihr hier auch direkt die Einordnung habt. Mein derzeitiges Lieblingsspiel ist immer noch COD Warzone. Zocke ich einfach ziemlich oft mit ein paar Kollegen, auch wenn es mal ein paar Bugs hat, macht immer noch super viel Spaß. Und hier komme ich durchschnittlich auf ca. 90 FPS in den höchsten Bildeinstellungen. Und alles läuft hier auf jeden Fall super flüssig. Und ja, ich denke, ihr könnt dann hier auch gut erkennen, dass wir hier ein solides Gaming-Notebook haben. Dann habe ich noch einen Speedtest der SSD gemacht. Und hier kommen wir beim sequentiellen Schreiben auf 3.700 MB pro Sekunde beim Lesen und 3.500 MB pro Sekunde im Schreiben. Nun sind wir auch schon wieder beim Fazit des Videos angekommen. Und ich muss sagen, preis-leistungstechnisch hat mir das Notebook im Alltag wirklich richtig gut gefallen. Denn wir bekommen eine RTX 3060, den Ryzen 7 5800H. Dazu ein IPS-Paddle mit 144 Hz. Und das Ganze für einen Preis von unter 1.300 Euro. Den Link zu Geizzeits findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung und hier auch nochmal eingeblendet. Aber ja, alles in allem hat es mir auf jeden Fall gut gefallen. Klar, so ein paar Sachen gibt es natürlich immer. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein Game zockt, dann hört man auf jeden Fall auch die Lüfter aufdrehen. Das merkt man jetzt aber eigentlich nur, wenn man jetzt keine Kopfhörer benutzt. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Kopfhörer nutzt und dann natürlich ins Spielgeschehen vertieft seid, dann nimmt man das nicht unbedingt wahr. Aber wenn vielleicht neben euch jemand sitzt, dann hört man es hier auf jeden Fall. Das sollte man bedenken. Aber ansonsten muss ich sagen, hat es mir auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Und ich würde sagen, ich zocke jetzt hier auch nochmal eine Runde. Ihr findet alle Infos unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Also mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. So, was zocken wir denn jetzt? 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 Bis zum nächsten Mal.